Die Diskussionen um die Ehe von Hayley Bieber, 22, und ihrem Justin, 25, reißen einfach nicht ab. Jetzt meldet sich auch Hayleys Uncle William Baldwin, 56, zu Wort. Bislang hatte er nie einen Hehl aus seiner Zuneigung für seine Nichte gemacht und das Pärchen stets supportet. In einem neuen Interview verrät er nun aber, was er wirklich von der raschen Hochzeit hält, und da dürfte nicht nur Hayley schlucken, die Freude bei den Fans war riesengroß, als Hayley und Justin Ende letzten Jahres total unerwartet verkündeten, dass sie sich heimlich das Ja-Wort gegeben hatten. Zu früh, wenn es nach der Meinung von Hayleys Uncle William geht. Im Interview mit Uswikli gesteht er, ich liebe die beiden als Paar. Vielleicht wäre es aber besser gewesen, wenn sie noch ein paar Jahre mit der Heirat gewartet hätten. Er führt allerdings hinzu, sie wollten aber aufgrund ihres Glaubens nicht länger warten und das ist ihre Angelegenheit. Da mische ich mich nicht eins. William Baldwin, der oft einfach nur Billy genannt wird, ist im Moment in der Netflix-Serie, Northern Rescue, zu sehen. Er ist der ältere Bruder von Hayleys Vater, Steffen Baldwin, 52. Auch die beiden anderen Brüder Alec Baldwin, 60 und Daniel Baldwin verdienen ihr Geld mit der Schauspielerei. Punkt. Getty Images William Baldwin im Februar 2019 Anzeige Mega Hayley und in New York Anzeige Getty Images Justin Bieber und Hayley Baldwin im September 2018 Anzeige Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipsitpromiflash.de